Hallo Leute, ich war bei McDonalds, da habe ich mir so ein McFurry bestellt. Das ist jetzt schon nicht geschmolzen. Und mir ist jeder Trend eingefallen vom Frühjahr, wo man so aus ein McFurry Kuchen macht. Also dachte ich, machen wir das heute mal. Also im Prinzip muss man da jetzt nur Mehl reinmachen, bis das so ein Teig wird. So, es sieht schon mal gut aus. Und als letztes kommt das in die Mikro. Okay Leute, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, also mein Papa ist jetzt da, hat mir geholfen und halbwegs hat es funktioniert. Also, ich will sagen, es hat funktioniert. Also, es sieht zwar nicht super aus, aber schmeckt es nicht gut.